Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2 hier bei mir auf meinem Kanal und Freunde was soll ich euch sagen erstmal sorry dass der Story Modus so lange nicht weitergegangen ist ich hatte eine kleine Pause alles klar wir haben eine neue Anfrage so und jetzt nochmal erstmal sorry für die Pause die es gab ich habe ja in der Zwischenzeit sehr sehr viel Red Dead Online gespielt auch zusammen mit dem ZMC und ja es ist mir im Moment leider auch zeitlich gar nicht mehr so einfach da jeden Tag drei Videos zu bringen deswegen haben wir ja auch zum Beispiel jetzt erstmal mit Art Pause gemacht weil wir beide im Moment zeitlich etwas eingeschränkt sind aber zumindest was den Story Modus angeht ich habe mal wieder richtig Bock drauf ich hatte gesehen ich hatte ja noch eine Folge die habe ich gestern noch hochgeladen die war schon fertig warum ich die damals nicht hochgeladen hatte das kann ich euch gar nicht sagen soll aber jetzt auch nicht weiter wichtig sein denn wir werden jetzt erstmal weitermachen mit unserem Story Let's Play und wir werden jetzt gleich die Dutch Mission machen allerdings hier vorne möchte der Mika glaube ich den den ich sowieso nicht leiden kann der möchte 5 Finger Fillet mit mir spielen und da würde ich sagen das ziehen wir dann nochmal ab oder? woher? sit down my dearest friend and show me just what you got ooh ja und schlip und stab you in the face X und Viereck, alles klar, gut. Oh, er ist gut, er ist gut, er ist gut, er ist gut. Alles klar, dann würde ich sagen, los geht's. Go! Oh! 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 Okay, einer machen wir noch. Das haben wir, X und Kreis diesmal. Ja, X und Kreis. Okay, versuchen wir's und ich würde sagen, los geht's! Ja, da guckt der Mika doof, he? He, 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 he. Ich würde sagen, das ist für mich gerade genug Turm genug. Okay. Ha, 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 ha. Ja, Mika, ich weiß immer noch nicht, warum ich dich nicht leiden kann, aber es ist einfach eine Tatsache. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Ich kann diesen Mika nicht leiden. So leid es mir tut. So leid es mir einfach tut. So, was können wir hier? Oh, hier könnten wir, glaube ich, noch pokern. Ist das pokern? Aber ich habe ja gesagt, wir werden jetzt die Dutch Mission machen. Ich gucke vorher noch einmal kurz auf der Karte, ob wir wirklich nichts anderes mehr haben, was wir zwischendurch noch machen können. Ne, es ist wirklich nur noch die Dutch Mission. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit der Dutch Mission. Okay. 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 We have to, uh, many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, we're thieves. Now, I'll give you that. But come on. We got the day. This is my south. Old Jose says that there's a creek around here. I reckon it's full of fish. Then I'm not sure what the Dutch is doing with us. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I bought this warmer weather. My days are looking good along, old Dutch. Always dream crushing and bubble burst a few. Come on, Jose. Let's go fishing. Come on, then. Na, dann gehen wir doch mal fischen. Und das letzte Mal, wo wir fischen waren, da waren wir mit dem kleinen Jungen unterwegs. Und da haben uns die Pinkerton-Detektive doch noch ziemlich penetrant genervt. Ja, es war der Moment, wo wir Dutch hätten verraten können. Haben wir natürlich nicht gemacht. Und, naja, gut. Gucken wir mal. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there. Oh, it was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well fine in that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again. Thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Jose. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. Well, it was a lifetime ago. But what a life we have lived. How well we have fought. Especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching. But I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile. Especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich, simple tins there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but no buts. Not today. We fish and we enjoy the day. It looks like a law up ahead. Play it cool. Woah. Yeah, we stay calm, of course we stay calm. Hello gentlemen. Well, look what the cat drug here. I seem to have gotten myself in a spot to bother. Quiet back there. Well, well, look who it is. How are you boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh. At your service. Hoagie McIntosh. This is my deputy Archibald McGregor. It is good to meet you. You a Scott? Partly. The best part. Of course. Now, tell me sir. What did the silly fancy pop back there do? Nothing too terrible I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no, 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 no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we... Can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys. I can't have more scandal. Well, allow us to help my friend. Arthur. Chase wanted man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. All right. Take your train. Don't let them get away. So viel dann zu unserem ruhigen Angel-Ausflug. Come on. Hurry. Come on. We're losing them. Oh, no. Das werden wir nicht. Das werden wir nicht. Faster. Come on. What's your name, sir? Arthur. Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan. Please. My neck is on the line here. I can't. I'm doing my best. What did these bullies want it for. Looks like the son of the bitch is gonna make it. You sure I can just shoot them? No. Then I'm not say that. You said branny. Yep. My god damn. Don't go. +. Go. Thing is. Stay with that train. The train is slowing down to go through the station. Now is our chance. Neben den Zug. Okay. Dann kommen wir mal neben den Zug jetzt hier. Ich kann das. Oh yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jawohl, wieder einer weniger. Und die anderen holen wir uns auch noch. Yeah. Können wir das nicht einfach erschießen? Oh, 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 oh. Was war das denn jetzt? Alles klar. Alles klar, Freunde. Da hat er mich einfach da runtergeboxt. Okay. Okay, okay, okay. Starten wir den zweiten Versuch. Ach nee, aber doch nicht von hier wieder. Können wir denn nicht einfach das Lasso rausholen? Doch können wir. Na, also, guckt mal, Freunde. So geht's. So geht's. So einfach machen wir das. Wunderbar, hat doch wunderbar geklappt. So, aber hier vorne ist noch einer. Das heißt, wir legen ihn jetzt erstmal hier hin. Und dann holen wir uns den anderen auch noch eben. Ich würde mal auch wieder sagen, wahrscheinlich besser mit dem Lasso. Ah, ich soll ihn schlagen. Okay. Ich hätte es lieber mit dem Lasso gemacht. Alter, Falter. Jawoll, jetzt haben wir eine. Oh yeah. Oh yeah. Okay, haben wir hier noch was zum Looten? Nee, leider nicht. Oh, nur das Bär. Ach, wir können ihn jetzt leider nicht mehr. Okay. Machen wir es so. Bring ihn raus hier. Das ist so. Oh. Hm. Oh. Alles klar, lass uns ihn in und folgen. Was für die anderen? Oh, wir werden sie aufhören. Anders, da hinten, ist der Gehirn der Operation. Und das ist wirklich etwas zu sagen. Du bist der Chef. Das war sehr beeindruckend, Herr. Ich muss sagen, ich würde sagen, dass du selbst die Verpflichtung hast. Na ja, ich würde nicht genau sagen. Ja. Du kennenzulierst mit dem Bereich hier? Nein, nicht wirklich. Auf der Seite hier, diese Tobacco-Field? Das ist Teil des Kaliga Halls, der größte Stadte von der Grey. Das sieht gut aus. Ja. Wir brauchen etwas Reine hier. Ich erzähle dir das. Die Greys haben in Kaliga Halls gearbeitet. 5 Leute. Meine Familie hat für sie gearbeitet. Der Sheriff Greys ist derjenige, der ich am besten weiß, natürlich. Aber sie haben eine halbe der Unternehmen in der Stadt. Welche Stadt? Die Straße, Herr. Du kennenzulierst? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Nicht wie es war vor der Krieg, aber es hat ihre Charme. Ich bin sicher, dass du bereits wissen von den Breithwaiten. Wie ich sagte, wir sind gerade hier unten. Eine große Familie in diesen Teilen. Sie haben eine Stadte, westen von hier. Schmerzen Leute. Schmerzen. Schmerzen. Sie haben mit den Greys für so lange, wie ich kann mich erinnern. Sieht aus wie ziemlich das Ort, das du hier hast. Wir werden hier rechts stecken. Ja, aber wir können auch gerne mal einen Schritt schneller machen, oder? Ja, und Dutch hat der Bande angeordnet, in Rhodes keine Waffen zu benutzen oder Unruhe zu stiften. Okay, 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 okay. Naja, da bin ich mal gespannt, inwieweit das wiederum klappt. Ich meine, wir wollten angeln, Freunde. Angeln. Sieht das nach Angeln aus? Ja, gut. Wir haben uns einen Verbrecher geangelt. Oh, ja. Hier sind wir. Willkommen zu Rhodes. Oh, ja. Auf der, auf der Seite, ist der Rhodes-Parlow-Haus. Sehr reputable Saloon, von der Greys-Familie. Wir haben auch eine Generalstelle, Gunsmith, Post Office, Train Station, natürlich. Oh, gut. Sie sind zurück. Und das ist dein Freund, richtig? Ja. Okay, wir gehen nach vorne, nach rechts, nach dem Sheriff's Office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Machen wir. Okay, this way. Hey, fellas. Mr. Gregg! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes. We welcome you. Well, we're just honored to be here. Make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents. Old timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Well, come back and see you sometime soon. Excuse me, gentlemen. Now, Bo, these better be ugly rooms. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where you stand? I'm renting. A caravan. On the edge of town, behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town's trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses. Falling out. Rebel gold. Marrying cousins. Not marrying. Arthur. That's it. you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you boys. I've heard about bounty. Well, there's been a price on my head for 13 years. It'll take them months to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line. Said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents. I'd love to meet one. It's just torn. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Hmm. Okay. So these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the greys place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these breakweights. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Have you had enough for the chase for one day? Yeah, I mean, we wanted to travel, ne? So, we're going to travel now. Yeah, we're going to travel. Sure, why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? I like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Come on, move already. So, genau. Pfeifen wir mal unsere Pferde herbei. Und die werden sich da nicht einig, wer vorfacht hat. Ja, auch nicht schlecht. Ja, kommen sie, die Pferdchen. Ja, schön, 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 schön. Schnellen. 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 Oh, okay. Ja, jetzt können wir Dutch nicht mehr ansprechen. Im Grunde genommen genau das, was ich euch vorhin erzählt habe. Nichts anderes. Aber wenn wir jetzt schaffen, ein bisschen unterzutauchen, ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Ja, da oben auf dem Boden. Ich sehe noch kein Boot. Ach doch. Ja, da oben. Ja, da oben. Ja, da oben. Ich habe ein guter Gefühl über Fisch hier. Es sollte sein ein bisschen unglaublicher Sturgeon sein. Okay, hier geht's. Eep! Dein ich runter. Sie sind zu alt für reale Arbeit nicht mehr? Sie sind zu dumm für etwas anderes. Sie sind zu schnell für mich, old man. Ich freue mich auf die Kinder. Sie sind zu tief im Wasser. Ich hoffe für gute Glück. Stupid Fisch. Aber was über stupid Glück? Good Fisch. Das wird auch tun. Gehen Richtung Mitte der Linie. Ah, wir dürfen selber auch angeln. Das ist doch schön. Komm schon, Arthur. Ähm. Das ist der perfekte Zeit. Fisch den besten Fisch an dawn und duschen. Wir sollten einen Lackluer geben. Das wird uns eine viel bessere Chance von hocken etwas großartiges. Genau, 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 genau. Ah, genau. So war das. Was ist mit einem guten alten Worm? Ja, Worms sind gut für Tiddler, wie Bluegill und Rockbass. Aber du musst dich sehr glücklich für einen Sturgeon zu holen. Worms sind dann. Du hast den Experten, Arthur. Das ist gut. Ja. Genau so war das. Ah, er will wieder ausbrechen. Er will wieder ausbrechen. Schön, schön gegenlenken, schön gegenlenken. Wunderbar. Wow, 2,3 Kilo. Er ist wieder ausbrechen. Er ist wieder mit 3 schönes Bass. Ah, das wieder. Ich glaube nicht, dass ich das mache. Oh, ja. Du machst. Er war vielleicht 20. 21. Er kam in voll voll von ihm selbst. Wir hatten einen großen Feast. Wir haben ihn alle Zeit. Das war 15 Jahre vor. Oh, ich erinnere mich. jetzt. Dann, die nächste Woche. Arthur und ich sind auf dem Markt. Und der Fischmonger spricht. Also, wie hast du diese Bass? Guck. Du kannst fischen. Ja, ich hab schon den zweiten Freunde. Was ist los mit euch? Ich war schon mit diesem Mann in der Zeit. Wesley, der Name war. Real miserabend. Aber er liebt zu fischen. Wir gehen alle Zeit. Aber einen Tag, wir waren in der Fischmonger. Wir sehen uns eine Processe von der Brücke. Und aus dem Blüten, Wesley stand, take off his hat, bows his head. Dann, he sitzt, pick his rod back up und weitergeht. Und er hat sich nicht mehr. Ich bin ein wenig überrascht. Und ich sage, Wesley, das war schön. Und er sagt, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe 30 Jahre her. Oh, hey, ich denke, wir kommen heute Abend. Schon wieder? Du hast nicht gewonnen, die Ausgabe. Okay, ich denke, wir haben eine gute Helle hier. Pearson wird glücklich. Können wir zurück gehen? Wir können das Boot halten, nicht zu weit zurück zum Camp von hier. Gute Idee. Kann sein sinnvoll. Was für die Hörer? Sie finden ihren Weg zurück. Sie fangen einfach an den Süden, Arthur. Das war toll. Danke, Junge. Jetzt, Hosea. Ja. Wie geht es um eine Saison? Okay. Oh, jetzt fang ich an zu singen. Ich habe eine für dich. Dieses Jahr zum Kind. Ich habe eine Frau von mir etwas gemacht. Ich habe eine Frau von mir etwas gemacht. Ich habe eine Frau von mir etwas. Sie sagt, ich bin der Zeit, bis zum Tag der Tadeger fertig ist. Ich konnte nicht warten, bis zum Tag der Tadeger fertig sind. Ich konnte nicht warten, bis zum Tag der Tadeger fertig sind. Ich habe sie auf den Boden und ich etwas schmisch abgestellt. Ich wünsche dir, Das war ziemlich gut, aber ihr wisst, was wir müssen singen? Was? Na, wir sehen uns, drei Mariner. Ah, natürlich! Na, wir sehen uns, drei, vier Mariner. Wir spenden unsere Leben in Jeopardy, während andere leben. Shall wir das Rund, 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 Rund? Shall wir das Rund, 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 Rund? Na, wir sehen uns, ein Bully Boy. Komm, wir sehen uns, Rund, 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 Rund. Wir sind nicht für die Marschall-Menn, die unsere Staten schützen. Aber wir sind für die Merchand-Menn, die unsere Staten schützen. Wir haben das Rund, 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 Rund. Wir sehen uns, Rund, Rund, Rund. Wir sehen uns, Rund, Rund, Rund. Und er, das Bully Boy, Komm, wir sehen uns, Rund, Rund, Rund. Rund, 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 Rund. Rund, 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 Rund. Oh, bravo! Bravo! You know, we should not let the folks' bed king to do too much, man. Indeed not. Oh man, oh man, oh man, oh man! Ja, Freunde! Für diesen doch etwas spaßigen Ende, würde ich sagen. Legen wir hier vorne an. All right! Ich denke, ich... ich... ich meine, wir... wir werden gut sein. Ich weiß. Ich weiß immer, ich weiß immer, wenn ich... ihr zwei bei meiner Seite... alles wird einfach gut sein. Dieses Ort wird gut für uns. Für jetzt, irgendwie... Ich hoffe so. Tja, Freunde, der neue Süden. Ich frage mich gerade, wofür ich ein Boot gekauft habe, was nichtmals mehr billig war. Und wie gesagt, mit diesen lustigen Bildern verabschiede ich mich für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich wäre froh darüber, wenn ihr mir ein Like da lasst oder ein Abo, weil... dann verpasst ihr auch keine weitere Folge mehr von Red Dead Redemption 2. Ich muss mal gucken, ob jetzt wieder täglich Folgen kommen werden. Wo im Moment täglich Folgen kommen, das ist definitiv noch zu Red Dead Online. Und alles Weitere. Schaut einfach in den Videos nach. Ihr könnt auch die Glocke drücken. Dann werdet ihr so oder so über die Videos benachrichtigt. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt und sage Tschüss. Jetzt. Und jetzt. Schaut einfach in den Videos. Schaut einfach in den Videos.